Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Das Interview heute wird von Seven Assets sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützt. Natürlich hat das aber keinen Einfluss auf meine Fragen und wir sind so kritisch wie immer und versuchen euch den größten Mehrwert zu bieten. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es um das Thema Optimierung der Vermögensströmung. Und damit habe ich tatsächlich einen Experten zu Gast, denn er kümmert sich quasi jetzt beruflich um Vermögensströme und wie man die optimal sich anschaut. Es ist der Robin Kretschmer von Seven Assets. Herzlich willkommen im Podcast. Danke Tim. Schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Entwickelt mittlerweile eine App in Vollzeit zum Thema Vermögensdarstellung und Tracken von Vermögensströme. Und damit ist natürlich der ideale Ansprechpartner für das Thema. Und da schauen wir jetzt mal nochmal genauer rein. Vielleicht starten wir erstmal mit einer Definition. Was sind denn überhaupt eigentlich so Vermögensströme? Ist ja in der Tat sinnvoll, erstmal mit der Definition zu starten. Also generell kann man sagen, Vermögensströme fasst so Zufluss und Abfluss von Geld zusammen. Da kann man sich schon da vorstellen, die Einkünfte und die Ausgaben, die man hat, ob das jetzt irgendwie Cashflow ist oder so. Das heißt Geld, das man direkt aufs Bankkonto bekommt, dass man bar einnimmt, dass man bar ausgibt. Oder vielleicht auch aus verschiedenen Investments kommt. Das heißt Dividenden, Zahlungen, Zinsen. Wenn man Immobilien vermietet, die Mieteinkünfte zählen da dazu. Bei Kapitalerträgen, vielleicht wenn man mit Aktien handelt. Das fällt quasi alles so in die Definition der Vermögensströme. Das heißt die einzelnen Quellen der Einnahmen und Ausgaben, je nachdem woher sie kommen. Okay, das sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche Geschichten zwischen Wertpapieren, dem Cash, den Immobilien. Wie sollte ich als Investor jetzt damit umgehen? Sollte ich das alles irgendwie separat tracken oder macht das vielleicht Sinn irgendwie, das auch mit einem Makroverständnis zu folgen? Und was sollte da überhaupt vielleicht als Privatinvestor eigentlich meine Zielsetzung ein, wenn ich versuche mir das Ganze dann über sich zu verschaffen? Ich würde sogar vorschlagen, erstmal mit den Basics anzufangen, sich mit den einzelnen Assetklassen auseinanderzusetzen. Das heißt, ein bisschen Grundwissen aufzubauen, bevor man überhaupt eine Entscheidung trifft, da rein zu investieren. Man muss jetzt nicht total der Börsenguru werden und irgendwie täglich Daytrading betreiben oder andere Dinge. Aber so ein gewisses Grundverständnis von den Instrumenten, die man verwendet, sollte schon da sein. Auf jeden Fall macht es Sinn, wie du gesagt hast, das Ganze zusammen zu betrachten. Es macht natürlich absolut Sinn, in einzelnen Vermögenskategorien tiefer einzusteigen, wenn man jetzt zum Beispiel gerade ein großes Interesse an Aktien hat, dass man sich damit auseinandersetzt, wie funktioniert der Markt, wie ist die Terminologie dahinter. Aber immer noch im Kontext zum Rest betrachten, sonst läuft man relativ schnell Gefahr, dass man sich da verrennt und zum Beispiel jetzt in einer Assetklasse sehr viele Investments tätigt und aber total eine andere Assetklasse aus dem Auge verliert, wo einem vielleicht dieses Investmentkapital beschaffen würde oder eine Absicherung geben würde. Also deswegen macht es immer Sinn, alles in einem zu betrachten und dann halt spezifisch in die einzelnen Ströme reinzugehen, für die man sich interessiert. Dann machen wir das doch einfach mal. Was wäre jetzt bei dir so ein Vermögenström, für den du dich besonders interessierst und wie würde man da dann zum Beispiel tiefer einsteigen? Also ich habe ein sehr großes Interesse an Immobilien und am Börsenmarkt, weil ich auch selbst investiert bin. ETFs waren so der Einstieg bei mir, dass ich mir gedacht habe in der Ausbildung, oh jeder redet irgendwie von ETFs und sollte man doch mal investieren. Dann kam auch so diese klassische Story mit, die Eltern haben mal kurz gesagt, red doch mal mit einem Bankberater, der hat dir dann auch irgendwas darüber erzählt. Dann hat er gesagt, oh Börse ist total unsicher und gerade so die Generation meiner Eltern ist natürlich auch damit aufgewachsen, dass sie schon in Aktien investiert haben, aber die hatten natürlich nicht die Tools zur Verfügung, die wir heutzutage haben, irgendwie mal einen Online-Chart aufmachen, historische Sachen prüfen, News zu einem gewissen Unternehmen checken. Das gab es damals ja alles nicht, deswegen waren die alle so vorsichtig, was das anging und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne mit einem ETF starten, einfach um mich mal an das Thema ranzutasten, habe mich dann informiert, wie funktionieren ETFs, welche gibt es und habe einfach mal gestartet mit einem kleinen Betrag und habe gesagt, ich teste das Ganze einfach mal. Irgendwann bin ich dann auch an die Immobilien gekommen, weil mir jemand geraten hat, in Immobilien zu investieren als reine Kapitalanlage. Da gab es dann verschiedenste Modelle und Konzepte, die ich kennengelernt habe und bin dann aber zu der Entscheidung gekommen, als Investor tätig zu sein. Das heißt, nicht als reiner Kapitalanleger, der was kauft, vermietet und durchlaufen lässt, sich nicht darum kümmert. Da gibt es also sogenannte Systemimmobilien, wo man eigentlich wenig Aufwand mit hat, sondern ich wollte wirklich auch die Dinger entwickeln, mich damit auseinandersetzen, mal modernisieren, mal vielleicht auch ein Fix und Flip machen und so bin ich quasi an diese beiden Assetklassen rangekommen. Und von dort aus hat sich das eigentlich dann weiterentwickelt mit den Interessenten, dass ich gesagt habe, wie funktionieren eigentlich Edelmetalle, wie funktionieren Rohstoffe wie Diamanten. Da bin ich nicht investiert, ich habe mich einfach nur damit auseinandergesetzt. Aber ich habe ein Edelmetalldepot irgendwann angefangen und habe so dann rechts und links quasi gesagt, wie spielen die ganzen Assets ineinander. Wie bist du dann selber jetzt persönlich so vorgegangen, als du dann gesagt hast, wie hoch möchtest du die verschiedenen Sachen jetzt so gewichten? Oder hast du einfach geguckt, wo gibt es gerade die Opportunitäten und dann das Geld dazwischen hin und her bewegt? Oder bist du von vornherein da mit einem sehr strukturierten Approach rangegangen und hast gesagt, ich würde gerne irgendwie mein 80 Prozent meines Geldes irgendwie in Immobilien haben und dann irgendwie noch 20 Prozent Wertpapiere und irgendwie ein Prozent Edelmetalle, so nach dem Motto? Oder bist du da eher lokaler vorgegangen? Es wäre jetzt natürlich richtig toll, hier sagen zu können, dass ich total strukturiert an die Sache rangegangen bin, mir irgendwie eine Strategie zurechtgelegt habe und die durchgeprügelt habe. War leider nicht so mit dem ETF. Das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ich fange da gemütlich an. Das lief eigentlich im Hintergrund. Da habe ich mich nicht groß darum gekümmert. Ich habe am Anfang irgendwie täglich reingeschaut. Dann kamen noch ein paar einzelne Titel dazu für Dividenden und habe mir dann das Ganze irgendwann nur noch monatlich angeschaut. Bei Immobilien bin ich dann so vorgegangen, dass ich mich zwar sehr stark damit befasst habe, aber mir hat noch so dieser Schritt gefehlt, das wirklich umzusetzen. Und dann war es eher Zufall, dass ein Freund von mir gesagt hat, er kennt jemanden, der gerade eine Eigentumswohnung verkauft. Ihm geht es jetzt nicht darum, damit Gewinn zu erzielen, sondern er muss einfach Liquidität schaffen in seinem Portfolio und ob ich nicht Interesse hätte. Ich habe mir dann dadurch auch quasi die Provision gespart, weil kein Makler dazwischen war. Und es waren 89.000 Euro. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Das Risiko war für mich überschaubar. Ich hatte einen guten Verdienst im Angestelltenverhältnis und habe gesagt, ich gehe jetzt einfach das Risiko ein. Ich gehe jetzt mal zur Bank, mache meine ganzen Unterlagen fertig und kaufe jetzt diese Immobilie. Und damit begann eigentlich dann die Reise. Das heißt, ich bin da so halb reingestolpert. Ich hatte zwar relativ viel Vorwissen, aber in der Praxis sah es dann doch anders aus, weil natürlich individuelle Regelungen getroffen wurden. Und dann hatte ich da einen Mieter drin, der schon relativ lange sein Mietverhältnis hat. Das habe ich natürlich vorher auch nie irgendwie auf dem Schirm gehabt. Das war halt immer so relativ plump irgendwo angepriesen mit, kauf die Immobilie, vermiete die, optimiere die, erhöhe die Miete regelmäßig, dann kommt ein gesunder Cashflow rein. Und da habe ich auch relativ schnell festgestellt, was das heißt, ein humaner Vermieter zu sein, weil mir ging es natürlich darum, irgendwie Gewinne damit zu erzielen. Aber mir ging es auch darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und sehr human zu sein. Ich hätte gerne ein gutes Miteinander. Da das die erste Wohnung war, habe ich dann mit dem Mieter die Absprache getroffen. Er kümmert sich zum Beispiel um so Sachen wie, dass er den Lüfter im Bad repariert oder die Türzargen erneuert oder mal ein bisschen drüber streicht in der Küche. Und ich ihm dafür entgegengekommen bin, dass ich halt relativ wenig Mieterhöhungen eingebaut habe und auch keine Luxussanierung durchgedrückt habe. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr taktisch und nach einem guten Einstieg, wie man denn mit sowas anfangen kann. Sehr, sehr schöne Sachen. Jetzt kann es natürlich sein, dass gerade in so einem Portfolio sich mal die Gewichtung in verschiedenen Marktphasen auch ordentlich verändert. Jetzt läuft der Aktienmarkt gerade gut. Auf einmal werden im Gesamtportfolio gesehen die Aktien deutlich stärker gewichtet und zack, crasht der Markt. Auf einmal ist man wieder stark übergewichtet in Edelmetallen oder anderen Geschichten. Warum sollte ich als Investor jetzt auch meine Vermögensströme in den verschiedenen Marktphasen immer im Blick gehalten? Was kann ich da auch für Vorteile daraus ziehen? Die Verteilung von Investments hat schon die Vorteile, das Risiko zu reduzieren. Wie du gerade gesagt hast, je nachdem, wie sich welcher Markt entwickelt, hast du dann halt ein geringeres Risiko auf dein gesamtes Portfolio gesehen. Du hast auch gerade die Gewichtung angesprochen. Das heißt, du hättest ja dann auch die Chance zu sagen, du kannst dein Ertragsprofil irgendwie umschichten und sagen, du hast jetzt irgendwie, du siehst, der Aktienmarkt geht gerade irgendwie Richtung Bärenmarkt, also eher abflachend. Dann ist es dir wichtiger, irgendwie Dividenden zu generieren, anstatt jetzt die Kursgewinne mitzunehmen. Dann könntest du auch sagen, oh, du strukturierst jetzt um und sagst, du ziehst einzelne Titel ab, du verkaufst die und schiebst das zum Beispiel in eine weitere Immobilie oder in Edelmetalle, wenn du es absichern willst oder zum Beispiel in sowas wie Kunst, kann man auch mit reinbringen und sagst, du schichtest um, behältst vielleicht noch deine ETFs, weil die halt relativ gleichmäßig bleiben und irgendwie ausgewichtet sind. Aber wenn du einzelne Titel hast, könntest du dann sagen, du verteilst es um in eine andere Asset-Klasse. Das wäre quasi einer der Vorteile und das ist natürlich auch steuerliche Überlegungen, die du anstellen kannst. In welcher Anlageklasse hast du denn welche Steuervorteile und könntest es quasi so optimieren, indem du jetzt zwischen Asset-Klassen hin und her schiebst. Sehr cool. Wie kann man das möglichkeitentechnisch vielleicht auch noch weiter optimieren und wie hast du das Ganze am Anfang getrackt und wie hat sich dann auch sozusagen über die Zeit geändert? Ich habe am Anfang so angefangen, dass ich es irgendwie im Kopf hatte und mir dachte, na, ich habe jetzt zwei Wohnungen, die ich vermiete. Ich habe ein Aktienportfolio mit ETFs und ein paar Einzeltiteln. Dann habe ich angefangen mit Daytrading, habe auch wirklich einen professionellen Kurs gemacht für viel Geld, einfach um damit warm zu werden, um mein Risikoprofil zu analysieren, was das Trading angeht. Habe da auch relativ viel Geld in den Sand gesetzt, muss ich zugeben. Und habe mir dann irgendwann zu einem Zeitpunkt Gedanken gemacht, wie ich das Ganze nachverfolgbar mache. Weil ich hatte so ein Gefühl, was ich natürlich an Geld ausgegeben und verloren habe. Aber die Erträge waren irgendwie nie so präsent. Ich musste immer in mein Aktienportfolio reinschauen und dann irgendwie die letzten Kontoauszüge durchgucken, die Jahrescharts anschauen, wie sich das entwickelt hat. Und habe mir gedacht, Excel ist doch super dafür geeignet. Warum nicht? Und da habe ich angefangen, mir eine Excel-Liste zu bauen und bin relativ schnell an Grenzen der Visualisierung gekommen und habe mir dann so eine Krücke gebaut. Da ich Entwickler bin, habe ich mir dann mein eigenes Tool geschrieben, das im Endeffekt eine Art Excel dargestellt hat. Du hattest eine tabellarische Eingabeform, hast dann deinen Asset-Typ auswählen können, habe dort quasi alle Transaktionen eingepflegt und habe mir dann meine eigene Visualisierung dazu gebaut, dass ich auf so eine Art Dashboard relativ schnell sehen konnte, wie ist meine Verteilung. Und seit Beginn meiner Investment-Journey, sage ich mal, wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie viel Geld habe ich bisher liegen lassen? Wie viel Geld habe ich an Erträgen gehabt? Und habe auch ein bisschen versucht, den steuerlichen Aspekt mit reinzubringen, aber das habe ich dann erst weitaus später mit reingebracht. Das heißt, so waren quasi die Beginne, das dann strukturiert zu erfassen. Das Ganze ist dann ja irgendwann in Seven Assets gemündet sozusagen. Das ist die App, die du baust in das Unternehmen, was du jetzt gegründet hast. Hast du jetzt schon ein bisschen Einleitung gegeben? Was kann denn Seven Assets und wie kann das helfen, einen Überblick quasi zu geben und auch dann die eigenen Vermögensströme zu optimieren? Also kurze Background-Story. Ich bin dann an den Stammtisch gekommen, wo sich andere Investoren auch über Immobilien und andere Aktien, also andere Esterklassen wie Aktien, ausgetauscht haben. Und da ist es dann tatsächlich relativ cool gewesen, dass man sich gegenseitig hilft, auch mal komplett transparent reinschauen kann, wie verwalten die anderen das. Und ich bin relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass jeder so eine Art Excel-Liste hat und die entweder unwartbar wird mit einer gewissen Portfolio-Größe oder es extrem schwer wird, die weitergeben zu können, wenn jemand anders das Gleiche benutzen will. Und so kam dann einer der Grundgedanken zu Seven Assets. Ich hatte ja schon meine Eigenentwicklung, das als Standalone nur auf meinem Rechner lief und habe gesagt, warum nicht das Ganze digitalisieren? Dann hatte ich auch noch mit Vermögensverwaltern Kontakt und habe gesehen, wie kompliziert eigentlich die Prozesse sind. Wenn Kunden bei denen neu dazukommen, die Unterlagen werden gesichtet, es wird eine Strategie entwickeln. Da fehlt immer irgendwas. Und das alles in Kombinatorik mit ein paar anderen Gedanken hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich entwickle Seven Assets und mache quasi eine holistische Vermögensverwaltungsplattform. Und da habe ich dann gesagt, ich löse diese ganzen Excel-Listen ab, die eigentlich viel zu viel Komplexität darstellen für so ein Portfolio. Es kann schnell unübersichtlich werden, wenn man jetzt ein, zwei Investments hat, dann ist das wahrscheinlich super auch in Excel. Aber man hat eigentlich immer den fehlenden Kontext zum Rest. Das ist ein Zeitaufwand, das alles manuell einzugeben, zu aktualisieren. Da funktioniert irgendeine Formel nicht, ein S-Verweis. Ich meine, jeder, der mal mit Excel gearbeitet hat, liebt S-Verweise. Irony of. Das heißt, es ist auch fehleranfällig, muss man sagen. Man kopiert irgendwas raus vom Kontoauszug, hat vergessen, das Komma in Punkt zu ändern oder wie auch immer. Und die fehlende Integration war auch so der schlagende Punkt. Du kannst eigentlich Excel schwer an den Finanzmarkt anbinden. Und wenn man was selbst entwickelt oder eine SaaS-Plattform hat, dann hat man halt relativ viele Möglichkeiten, Schnittstellen zu schaffen, um zum Beispiel aus einer anderen Portfolio-Software die ganzen Sachen zu aggregieren und im Kontext zueinander zu sehen. Also Praxisbeispiel, ich habe jetzt mein Cashflow-Management in Excel abgebildet, habe dann einen Reiter gehabt für meine Aktien, also alles, was ich an der Börse getan habe, unter anderem auch das Daytrading, habe dann einen Reiter für Krypto gehabt, habe einen Reiter für Immobilien gehabt und so ist es quasi dann gewachsen. Dann kamen noch Edelmetalle dazu und, und, und. Und irgendwann war es dann extrem schwer, irgendwie ein Dashboard zu bauen in Excel oder die Übersicht zu behalten. Dann habe ich einen neuen Reiter hinzugefügt, ich musste 50 Formeln anpassen. Und so kam dann der Grundstein ins Rollen, das als Plattform anzulegen, das halt einfach holistisch diesen Gesamtkontext liefert. Ja, sehr, sehr cool. Das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend und auch noch nach der Lösung, die ich auch immer noch idealerweise suche, weil so einzelne Asset-Klassen lassen sich auch in der Regel ja auch ganz gut von manchen anderen Tools abbilden lassen, aber eben diese Live-Daten und auch die Verknüpfung über verschiedene Asset-Klassen hinweg ist ja auch nicht was, was jedes Tool bietet. Wie ist denn der Stand der App aktuell? Du bist ja auch noch quasi mitten auf der Reise sozusagen. Wie ist denn der Status Quo der App? Was kann die denn jetzt schon? Wir haben schon eine Beta-Phase gehabt mit einer Private-Beta, hatten schon die ersten Tester und haben jetzt gerade eine Public-Beta-Phase gestartet. Cashflow-Management funktioniert schon, das heißt, so eine Art Haushaltsbuch ist da. Man kann quasi Einnahmen, Ausgaben kategorisieren, kann sich dort relativ guten Überblick verschaffen und haben auch schon die ersten Asset-Klassen live in der Basis-Version. Das bedeutet, man kann seine Aktien da drin pflegen, man kann Kryptos pflegen, Edelmetalle, aber auch so exotische Dinge wie Sneaker, Uhren, Handtaschen gehen schon, weil wir gesagt haben, wir beschränken uns nicht auf klassische Instrumente, sondern wir wollen alles, was Vermögen darstellt, holistisch integrieren. Unser Leitspruch war, da ich aus der Entwicklung komme, war dieses User-Centric. Der Benutzer steht im Vordergrund, wir wollen Nutzen schaffen. Jeder Mensch soll eigentlich in der Lage sein, seine finanzielle Situation jederzeit überblicken zu können und die volle Kontrolle seiner Daten zu haben und darauf basierend dann Entscheidungen selbst treffen zu können oder mit wem anders zusammen. Das war so dieser Leitgedanke und deswegen haben wir jetzt die Public-Beta soweit auch schon funktional, dass das Cashflow-Management funktioniert, das heißt das Budgeting und die einzelnen Asset-Klassen, wie gerade erwähnt, sind auch schon da. Also wir haben auch Boote, weil einfach, es haben sich durch Gespräche exotische Investmentklassen ergeben und wir haben tatsächlich schon Use Cases, die Boote haben und die auch chartern und deswegen haben wir auch schon Boote zum Beispiel live. Das ist sehr cool. Das heißt, die nutzen die Boote privat und verchartern die Anarbeit, um dann auch noch ein bisschen Cashflow zu erzeugen oder was ist da quasi der Kontext? Es war sehr spannend, ja. Also es gab jemanden, der hat erst ein eigenes Boot gehabt, das ist natürlich auch so, jeder war mal mit einem Kumpel irgendwie auf einem Boot oder im Urlaub Boot gefahren, das ist halt einfach so ein bisschen Lifestyle, das war cool und der hat mir dann erzählt, dass er dadurch auf die Idee gekommen ist, in Kroatien ein Boot zu kaufen, um, wenn er dort in Urlaub ist, da hat er ganz gerne Urlaub gemacht, einfach ein Boot zu haben und nicht immer mit seinem Boot mit einem Anhänger da hinzufahren. Und dann ist er auf die Idee gekommen, er könnte ja einfach ein Boot kaufen, könnte eine Firma engagieren, also das gab es als Geschäftsmodell tatsächlich schon, hat er dann rausgefunden, um dort einfach sein Boot als Charter anzubieten und damit unterm Jahr Geld zu verdienen, während er es nicht benutzt. Und das hat er uns erzählt und dann haben wir das so cool gefunden, dass wir das auch zwei, drei anderen Leuten erzählt haben, die haben gesagt, ja, das mache ich auch. Und so ist dieser Use Case entstanden. Das war echt eine geile Sache und zeigt mal auch, wie kreativ man natürlich in Sachen Investments und vielleicht auch Business generell werden kann. und zeigt auch natürlich, das Schöne ist, wenn man, sag ich mal, relativ früh bei so einer App mit dabei ist und dann quasi auch so ein bisschen das Ganze auch mit in eine eigene Richtung entwickeln kann und auch mal Feature-Requests vielleicht einreichen kann. Ich weiß nicht, inwiefern du offen für sowas bist. Auf jeden Fall sehr offen. Also wir haben auch schon Leute gehabt, die Feature-Requests eingekippt haben, wo wir kurz drüber nachgedacht haben und gesagt haben, die sind rein technisch sehr leicht umzusetzen und das haben wir einfach direkt gemacht. Beispiel Koi-Karpfen. Das hätte jetzt auch keiner als klassisches Investment auf dem Schirm. Wir haben uns mal damit auseinandergesetzt. So einen Koi-Karpfen-Teich kennt man vielleicht irgendwo im Bekanntenkreis noch, dass sich jemand sowas gegönnt hat. Aber wenn die Junge bekommen, dass man die für viel Geld auch verkaufen kann, je nach Farbgebung und Gewicht, das war mir zum Beispiel auch neu. Ja, das ist tatsächlich ein Funfact auf eine witzige Story von Hannover Rück, denn auch wir haben einen Koi-Karpfen-Teich bei der Hannover Rück. Die hat man wohl irgendwann mal als Geschäftsgeschenk bekommen hat. Dann war das erst mal ein riesiger Auffang, wie man denn die Dinger eigentlich überhaupt bilanzieren sollte. Aber wir haben halt mittlerweile immer noch so einen Teich mit dann doch einer ganzen Reihe an Kolfkarzen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld da denn so im Teich schwimmt. Könnte man natürlich mit eurer App den Überblick darüber bewahren. Wahrscheinlich. Wäre dann quasi eine neue Position der Vermögensverwalter der Hannover Rück. Genau, genau. Sehr cool. Wenn wir nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen, wo geht die Reise denn mit der App noch hin und was sind jetzt quasi die Kurzfrist-, Mittelfrist- und vielleicht auch Langfristziele? Also longterm wollen wir so viel Nutzen wie möglich stiften. Eins unserer Credos ist auch, den Mikrostress zu eliminieren bei der Verwaltung von Vermögen. Das bedeutet, wir haben natürlich KI auf der Fahne. Wir haben jetzt schon die Grundsteine technisch dafür gelegt um richtig gute Auswertungen fahren zu können, komplexe Sachverhalte zu simplifizieren auf der Plattform. Unsere Vision ist, dass wir dann in jeder Asset-Klasse Mehrwert bieten können. Das bedeutet, bei Aktien angefangen, irgendwie ganz wild gedacht mal Predictions von einem Markt oder von einem gewissen Titel machen zu können oder deine komplette Portfolio-Auswertung sinnvoll aufgliedern zu können, Empfehlungen generieren zu können. Also komplett KI-basiert. Da wir keine Beratung und keinen Produktverkauf machen, macht das quasi die Plattform. Wir bieten keine Produkte mit an. Wir wollen denen nur Indikatoren geben, wie sich dein Portfolio entwickelt. Vielleicht auch im Vergleich zu allgemeinen Finanzdaten, zu den Märkten. Einfach dem Benutzer so viel Wert wie möglich in dieser App zu bieten und zu sagen, eine gute Entscheidungsgrundlage zu treffen. Also wir wollen, dass der Benutzer informierte Entscheidungen trifft. Und da haben wir dann auch so Dinge noch mit auf dem Schirm. Klassische Assets sind alle mit abgedeckt. Der Immobilienbereich wird als nächstes noch entwickelt. Der wird sehr umfangreich werden, aber wir wollen auch tatsächlich so Dinge haben, wie Spirituosen, also Wein- und Whisky-Investments. Die haben wir jetzt auch schon mit auf dem Schirm. Der Aktienbereich wird jetzt als nächstes weiterentwickelt. Und dort in den Bereichen, wie gesagt, diese ganzen Automatismen zu bieten und KI-gestütztes Ganze noch voranzutreiben. Bis hin zu Unternehmensbeteiligung. Das ist quasi die komplette Reise, die wir da bestreiten wollen. Das ist sehr, sehr cool. Was würde mich das als Nutzer kosten? Oder ist eure App kostenlos? Und wie finde ich die sozusagen? Noch sind wir nicht im App Store, weder bei Google noch bei iOS. Das werden wir jetzt noch ändern. Das ist quasi für diesen Monat noch geplant, das in die Stores zu bringen. Aktuell ist es als reine Web-App verfügbar unter 7assets.app. Und es ist komplett kostenfrei. Sehr, sehr cool. Dann lohnt sich das ausprobieren. Der Link dazu ist auf jeden Fall in den Shownotes. Beziehungsweise vielleicht ist die App ja sogar schon draußen. Wenn jetzt die Folge rauskommt, dann fügen wir es im Zweifel noch nachträglich nach. Also unbedingt die Shownotes auschecken. Und wenn das was für euch ist, dann probiert es doch gerne mal aus. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen Einblick auch in deine persönlichen Investor-Stories gegeben. Dann komme ich natürlich auch nicht drumherum, vielleicht auch noch mal so ein paar Standardfragen von mir auf dich abzufeuern. Sehr gerne. Ich kann es mir ja schon vielleicht, du hast es auch so ein bisschen schon angedeutet, bezüglich dem Daytrading. Eine Standardfrage ist immer, was war der größte Fehler beim Investieren? Und was hast du vielleicht auch daraus gelernt? War das das Daytrading? Oder würdest du sagen, war das vielleicht sogar noch was anderes? Ich würde sogar sagen, es war Unorganisiertheit. Nicht das Daytrading war der Fehler, sondern der Kurs, den ich gebucht hatte, hatte quasi eine Jahresgebühr. Dann hast du verschiedene Tools mitbenutzen können. Also die haben echt coole Momentum-Analyse-Tools gehabt und so ein bisschen, dass du die Börsen-News aggregiert bekommst. Das war super cool. Ich habe allerdings dann nach anderthalb Jahren aufgehört damit, weil mir die Zeit gefehlt hat und vergessen, dieses Jahresabo zu kündigen. Und es hat sehr wehgetan, als im nächsten Jahr dann die Jahresgebühr abgebucht wurde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man hat ja auch zum Glück auch immer positive Momente im Investment-Dasein. Und da wäre natürlich meine Frage, was war vielleicht dein größter Investment-Erfolg oder auch, sag ich mal, was du mitgenommen hast beim Investieren? Würde ich sagen, war Glück, aber war ein sehr großer Erfolg für mich. Ich habe eine Wohnung gekauft in einem vermeintlich sehr schlechten Zustand. Ich habe die Wohnung besichtigt, war sehr renovierungsbedürftig, aber noch vermietet. Hat alles gepasst. Hatte mir auch schon durchgerechnet, was das an Investitionskosten sind, wie ich das Ganze mitfinanziert bekomme. Hat sich dann ein bisschen rausgezögert, weil der Verkäufer krank geworden ist. Dann muss man den Notartermin schieben. Also hat sich roundabout um drei Monate verschoben und habe dann gekauft und dachte mir, ich bin ja ein guter Vermieter und stelle mich dann nach dem Kauf nochmal bei dem zurzeit wohnenden Mieter vor. Den hatte ich nur bei der Besichtigung einmal kurz gesehen. Wollte halt da ein persönliches Verhältnis aufbauen, dass er mich auch mal kennt, dass er die Handynummer hat, falls irgendwas ist. Bin dann da hingekommen. Das war dann insgesamt fünf Monate nach der Besichtigung und stehe da in einer frisch renovierten Wohnung und habe mich echt gefragt, ob das die ist, die ich gerade gekauft habe oder ob ich mich jetzt in der Tür geirrt habe. Aber der Name vom Mieter hat gepasst am Klingelschild. Und dann hat er mich durchgeführt und mir erklärt, dass er gerade in Eigenregie die komplette Wohnung renoviert hat. Und dann war ich erst mal kurz am Zögern. Aber ich habe gesagt, ich frage jetzt mal, hast du die Rechnung noch? Soll ich dir, keine Ahnung, du hast jetzt mein Objekt aufgewertet? Wie wollen wir uns da einigen? Und er hat gesagt, nö, passt. Er war zwischen zwei Jobs und hatte Zeit. Das war quasi seine Stressbewältigung, seine Wohnung zu renovieren. Das hat er für sich getan. Das ist vollkommen fein. Der will nichts dafür haben. Also ein sehr cooler Moment. Das sind die Mieter, die man sich wünscht. Auf jeden Fall. Sehr cool. Dann hast du natürlich jetzt, wir haben eben schon über deine Ziele gesprochen für die App. Vielleicht auch nochmal persönlich, finanziell quasi gefragt. Wo möchtest du da noch in die Zukunft hin, insbesondere im Hinblick auf Optimierung deiner Vermögensströme? Ich bin mir sicher, das Unternehmen quasi ist jetzt ein zentraler Teil auch geworden. ist das langfristig auch vielleicht ein Vermögen geströmen werden kann. Aber vielleicht magst du generell quasi nochmal eine Einschätzung deinerseits dazu geben. Das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Pfeiler geworden. Ich will natürlich noch weitere Unternehmensbeteiligungen anstreben und auch spannenderweise Kunstwerke und Markenrechte. Dafür interessiere ich mich gerade. War auch schon vor Seven Assets so ein Interessenfeld. Und jetzt, da wir den Kunstbereich ausbauen, habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Einblick bekommen. Und privat finde ich es gerade sehr spannend, was man da alles bewegen kann. Also es gibt ja sehr große Auktionshäuser wie Christie's oder Sotheby's, die auch immer wieder große Kunstdeals haben. In die Liga will ich jetzt nicht unbedingt, also keinen Rembrandt kaufen oder so. Aber es gibt auch relativ coole, lokale Künstler, die schon, abgesehen davon, dass die Kunstwerke natürlich extrem schön sind, auch extrem wertvolle Kunst haben. Und da versuche ich mich gerade so ein bisschen an den Markt zu tasten, wie man da am besten vorgeht, ob es da Plattformen gibt, ob es da Einwertungsmethodiken gibt. Und das finde ich gerade sehr spannend, mich damit zu befassen. Und Markenrechte, man kennt es vielleicht von Musik, irgendwie Tantieme oder so, das war bei mir jetzt nie so auf dem Schirm. Ich wusste, dass es das gibt. Und ich wusste, dass auch Menschen existieren, die sowas random kaufen als Kapitalanlage und damit Geld verdienen. Aber das wäre jetzt quasi so das nächste Feld, wo ich mich mit befassen würde, mit Markenrechten. Ja, sehr, sehr cool. Ja, da gibt es ja auch diverse Börsengelistete Vehicle. Die sind dann zwar natürlich wieder ein bisschen börsenabhängiger natürlich, weil wir dann auch im Kurs feilen können, als wenn man jetzt quasi tatsächlich es schafft, Off-Market sich irgendwelche Rechte zu kaufen. Da gibt es ja auch mittlerweile neue interessante Plattformen. Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein spannendes Feld, wo man auf jeden Fall nochmal Vermögensströme hinzunehmen kann, die jetzt nicht die klassischen Dividendenaktien sind, die am klassischen Aktienmarkt sozusagen hängen und die vielleicht auch schon jeder nur nach 15 Anleger sozusagen so ein bisschen investiert ist. Absolut. Kann aber auch ein Nachteil sein, muss man als Disclaimer vielleicht hinzufügen, weil nicht so extrem viele Informationen verfügbar sind. Man hat natürlich bei klassischen Aktiengeschäften hat man das Problem in Anführungszeichen, dass eine Flut an Informationen da ist. Es gibt dann ja verschiedenste Menschen, die die gleichen Informationen anders aufbereiten, dass es auch für jeden verständlich ist. Da hat man wahrscheinlich eher das Problem, die für sich wichtigen Informationen rauszufiltern. Und auf der anderen Seite hat man bei solchen Investmentklassen natürlich das Thema, dass nicht so viele Informationen öffentlich im Umlauf sind und dann ist es ein bisschen schwierig, sich da reinzuarbeiten. Ja, das stimmt. Man muss gerade bei solchen illiquideren oder wirklich spezielleren Assetklassen, wo dann auch im Zweifel der Markt ein bisschen länger ist, definitiv bedeuten, mehr Due Diligence machen und sollte sich wirklich genau informieren, bevor man bei sowas aktiv wird. Absolut. Ja, ich glaube, damit haben wir einen ganz, ganz guten Überblick bekommen, sowohl über Vermögensströme generell, wie in Zukunft deine App helfen wird, dass man seine Vermögensströme besser unter Kontrolle hat und auch über dich als Person und wie du selber dabei so vorgehst. Wirklich sehr spannender Ritt. Wie gesagt, ihr findet die App und alles Weitere in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Und ja, jetzt muss ich dir nur noch danken für diesen schönen Einblick, den du uns gewährt hast. War wirklich sehr erleuchtend. Vielen Dank. Tim, es hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Dann ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesendten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach InvestorMinistories.de slash Community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.